Atlas. Klartext. Olaf Scholz forderte Abschiebungen im großen Stil, nachdem im Herbst des vergangenen Jahres Antisemiten die Straßen unsicher machten. Nach dem Anschlag von Solingen, bei dem drei Menschen starben, verlangte er, dass die erst kürzlich beschlossenen strengeren Regelungen zur Abschiebung künftig auch konsequent umgesetzt werden. Notfalls sollten Rückführungen mit rechtlichen Regelungen weiter beschleunigt werden. Wahrscheinlich weiß der Kanzler nicht, was seine Minister und Beauftragten derweil so treiben. Von 2016 bis 2022 förderte die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration die Plattform Handbook Germany mit dem Projekt Informationsplattform für Flüchtlinge. Seit 2023 gibt es das Folgeprojekt Handbook Germany Together, zentrale digitale Anlaufstelle. Es erhält zusätzlich Geld vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, Amif, der EU, sowie vom Bundesinnenministerium, das von der SPD-Politikerin Nancy Faeser geleitet wird. Gemäß unbestätigten Berichten sind 1,7 Millionen Euro in das Projekt geflossen. Auch Faeser ist seit kurzem eine Abschiebebefürworterin. Sie kündigte eine Verschärfung des Aufenthaltsrechts an. Da passt die Förderung des Handbook Germany nicht wirklich ins Bild. Dort hat der Verein neue deutsche MedienmacherInnen auf neun Sprachen von Russisch bis Persisch unter anderem Tipps zusammengestellt, wie Betroffene ihre Abschiebung verhindern können. So gelangt man etwa mit vier Klicks auf ein Widerspruchsformular, mit dem rechtskräftig abgeschobene Migranten noch Stunden vor der Abschiebung Widerspruch einlegen können, was das Verfahren in der Regel um Monate verzögert. Die Kosten zahlt der Beklagte, steht auf dem Formular, also der Staat und seine Steuerzahler. Auch der Hinweis, dass eine Familie nicht abgeschoben werden kann, bei der zum Zeitpunkt der Maßnahme mindestens ein minderjähriges Kind gerade nicht auffindbar ist, dürften abgelehnte Asylbewerber dankend aufnehmen. Es fehlt auch nicht der Hinweis, dass ein Wiedereinreiseverbot stets befristet sein muss. Ansonsten sei es rechtswidrig und die ganze Sache damit unwirksam. Angesprochen auf die Inhalte lässt die Beauftragte für Migration, Rehm-Alabali-Radovan, mitteilen, dass dafür Handbook Germany verantwortlich sei. Von dort heißt es, mit unserem Projekt möchten wir echte Teilhabe und Chancengleichheit für Zugewanderte von Anfang an ermöglichen. Zusätzlich ergab eine Recherche des Magazins Brussels Signal, dass die EU die Plattform Handbook Germany von 2023 bis voraussichtlich 2025 mit weiteren 9 Millionen Euro fördert. Das offenbart der jährliche Leistungsbericht des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, der als Finanzierungsinstrument der EU fungiert. Der Leistungsbericht von 2022 führt die Projekte auf, die von der EU im Zeitraum von 2021 bis 2027 gefördert werden sollen. Die Plattform Handbook Germany ist Teil des Projektes Handbook Germany Together, zu dem ebenfalls ein Frageforum namens Together in Germany gehört. In dem Forum werden sämtliche Fragen von irakischen, afghanischen oder auch marokkanischen Asylbewerbern über Abschiebungen, den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis sowie über Familiennachzug von Handbook Germany ausführlich beantwortet. Das beliebteste Thema ist Sozialleistungen, gefolgt von Bautechniker Visum und Aufenthaltstitel. In dem Forum finden sich zahlreiche Chatverläufe zu unterschiedlichen Fragen rund um diese Themen. Kritik kommt nun von der Union und auch aus der Ampelkoalition selbst. Manuel Höferlin, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sagte dazu, die Integrationsbeauftragte muss sich die Frage gefallen lassen, welche Konsequenzen sie aus dieser offensichtlich fehlerhaften Förderung zieht. Ein Sprecher der Integrationsbeauftragten wies jedoch darauf hin, dass Handbook Germany für die Inhalte der Seiten verantwortlich sei, nicht der Zuwendungsgeber. Der Zuwendungsgeber? Also die Ampelregierung, die aufgrund des Erstarkens der AfD plötzlich im großen Stil Abschiebungen wollte? Da geht einem glatt die Alufolie aus, bei den ganzen Aluhüten, die man basteln muss. Auf den Punkt gebracht. Atlas. Klartext. Kleine im movie Klartext. Klartext. Flach